Denn ich würde sagen, das Tessin ist etwas atemberaubender als die Stadt Zürich. Nicht falsch verstehen, aber das Tessin ist wirklich wunderschön und da verbringt man sehr gern Zeit. Und in Zürich wird man manchmal erschlagen aufgrund der ganzen Menschen, die da so rumlaufen. Aber ja, dafür verdient man eben mehr. Jedem das Seine.